Das Spielejahr wartete mit vielen optischen Leckerbissen auf. Dieses Video wagt einen Rückblick auf die schönsten Spiele 2016. Dabei kam es uns nicht in jedem Fall auf die verwendete Technik an, sondern auch auf den generellen optischen Aha-Moment. Neben den Spielenamen blenden wir auch die verwendete Engine ein. Und da die Grafik für sich sprechen soll, halten wir jetzt erstmal die Klappe und wünschen euch viel Spaß mit den schönsten Spielen 2016! Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.